Okay, der Emporater ist ja immer noch am Leben. Naja, der spielt relativ defensiv, glaube ich. Das ist auch das einzig Richtige. Man denkt immer, man ist so OP mit den Helden, aber das stimmt gar nicht. Man ist so schnell down. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Da ist eine Mine. Oh, was ist das? Oh, scheiße. Gleichzeitig. Oh, ey. Ich wollte gerade mal wegspringen, ey. Ja, ich habe es auch gemacht. Ja, ich habe es auch gemacht. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront. Mit dabei ist wieder der Tombi. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Und wir zocken eine Runde Transport und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Transport ist doch in Ordnung. So, was nehme ich denn noch mit? Nehmen wir mal das. Diesmal mit 99 Körperschild ausgerüstet. Das dürfte reichen. Ja, ja. Wie ich das auch übersehen konnte. Null Körperschild, ey. Das ist eigentlich so. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr ohne. Ohne Scheiß, ey. Ich mag das auch richtig gerne. Gerade wenn man auch irgendwie so ein Modus spielt, wo man gerade so ein Heldensymbol sieht, dass man dann nochmal schnell mit einem Sprungpack hin schilt am Heldensymbol. Weil ich habe das schon so oft gehabt, wenn ich dann kein Körperschild hatte, dass man dann da hinspringt und dann hat man das Heldensymbol und stirbt dann damit. Das ist dann so ärgerlich. Ja, ja. Da ist er. Yippie. Yippie. Ach, da geht's gar nicht. Ja, ja. Aber alle rennen in dieselbe Richtung. Geil. Ja. Oh. So, jetzt hat er hier ein Dings hingestellt. Ich sehe es, ne? Ah, jetzt ist der Hintermich. Ich wollte ihn jagen. Scheiße. In den dunklen Ecken sieht man die gar nicht, die Schattentroppler. Ne, gar nicht. Das ist wirklich krass. Ich habe mich gerade gewundert. Wie sehr die da getarnt sind. Ja. Die Prinzessin steht bereit, um euch zu helfen. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen aufräumen hier. Ich gehe mal links lang. Ich bleib mal bei der Layer so ein Stück weit. Oh, diese Geschütze, das kann doch nicht sein. Aber ich habe noch was getroffen. Ah, ich wollte bei dir spawnen. Scheiße, zu spät. Sehr gut. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe mich voll verlaufen hier, ey. Das ist so ein Nachteil, wenn man die Map nicht so kennt. So, jetzt komme ich draußen. So, jetzt so. Komm mal, damit war es wie cool. Moment. Ich habe ja dieses Teil hier. So, jetzt bin ich bei dir. Ah, okay. Egal. Das war Verschwindung. Oh, jetzt hat er mich schon gedamaged, ey. Boah. Wo ist denn der? Da. Hinter dir. Äh, da vor dir, meine ich. Ja. Gut. Die sieht man hier echt schlecht, die Schattentruppler. Ja. Echt mies. Ach, Mist. Von hinten noch. Ja, ich sehe es. Oh, ich kann eh Rengarde spielen. Dann machen wir das mal. So, sind denn hier die Gegner schon wieder? Ich sehe gerade keinen. Da ist einer. Sehr schön. So. Oh, Doppel-K.O. Nein. Sieht mal so witzig aus. Rengarde, okay. Oh, hier ist ein Heldensymbol, aber ich kann es nicht nehmen. Das nehme ich. Du kannst es aber nehmen. Degner! Jetzt bin ich gestorben, weil ich in der Lava stehe. Ja, was ist denn jetzt los, hä? Ach, man kann ich das gar nicht aussuchen, stimmt, wa? Hier geht es gar nicht. Ne, ne, ne. Hier kriegt man so vorgefertigte. Ja, ja, okay, ich habe ihn hier im Namen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? So, jetzt muss man mal wenigstens ein bisschen was reißen hier kommen, ey. So, die Gegner haben Boba Fett bekommen. Mal schauen, ich finde den hier relativ schwer zu spielen, den Boba Fett, weil man irgendwie relativ schnell stirbt, irgendwie weil alles so offen ist. Ich weiß auch nicht, ich habe den nicht so gut hingekriegt meistens. Den Boba Fett? Ja, also hier auf der Map. Okay, aber es gibt, glaube ich, irgendwie gewisse Ecken, wo man sich so ein bisschen verschanzen kann. Na, das kann gut sein. Also auf den Pipelines da ganz oben, da ist schon mal Beispiel, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Ist zwar so ein bisschen Camping, aber naja. Na ja, wenn man ein Held ist, also man muss ja auch nicht direkt sterben gehen. Ist ja dann nicht so schlimm, wenn man den relativ defensiv spielt. Komm schon, treff ihn doch. Oh Gott. Oh, jetzt ist er hier hinterm Geschlafen. Was war denn das jetzt, so schnell? Umgebungs... Au, 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 au. Bin ich gerade selbst gekillt. Nein, ey. Ah, der Boba Fett ist aber auch schon kaputt. Ist nicht so schlimm, also. Ich glaube, als letztes kriegen die nochmal den Imperator gleich. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man zu früh stirbt und die dann am Ende die Hellen haben, also die Schurken. Wirst du gut, dass du früh zu sterben? Ich weiß ja nicht. Na, schafft man schon irgendwie. Ich würde schon sagen, du kannst doch gerne mal drauf gehen, ey. Na, der steht mit in mein Sperrfeuer drin und überlebt das, ey. Hat aber noch einen Strich gehabt, so. Geht doch. Du bist da vorne. Okay. Komm schon, Sperrfeuer. Das ist eine gute Situation jetzt, ey. Angefreht. Nein, ey. Sekundärfeuer, volle Kanne, alter Schwede. Na, das müsste dich ja eigentlich richtig nerven, oder? Weil gerade du kannst es ja nicht nehmen. Ich muss sagen, ich würde es wahrscheinlich auch benutzen, aber es ist schon auch teilweise Obleh, uah. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich halt auch so. Ich kann es zwar selbst benutzen, aber dann will man das auch ungerne immer die ganzen Zeit spielen. Ja. Aber, naja, ist halt schon verständlich. Nein, dieser Shadow Trooper, dieser... Kennst du den? Diesen Delta Draxler? Ja, ja, den kenne ich. Okay, ich wollte schon sagen, der ist ziemlich gut, ey. Wir sind einige nachgejoint. Ja. Die sehen gleich deinen Namen, oh, gleich mal zu, äh, gleich mal schauen, ey, geil. Nein, der Imperator hat mich gekillt, nein. Jetzt wird es schwierig, ey, wenn wir den nicht down kriegen. Boah, jetzt bist du gerade gestorben, scheiße, ich wurde gerade zweifeln. Ja, schade, leider. Ich komme bei dir. Ich versuche mal von links ranzukommen. Ja, ich komme mal mit. Na, die Stelle ist hier, glaube ich, gar nicht mal so einfach, irgendwie. Ja. Die haben sich auch, glaube ich, gut verschanzt hier hinten. Irgendwas angefickt habe ich schon mal. Boah, was war das denn? Oh, hier ist doch einer, wo ist denn der? Ach, der ist hinter dem Gitter, scheiße, kann ich hier durchschießen? Ja. Ah, Assist, nein, Mann. Wer hat mir den wieder geklaut? So, ich bin hier, oh, wieder fest. Ja, sehr gut, du bist ja hier, an einer guten Position. Na, geht doch. Geht auch. Ja, die Position ist geil gerade. Kann ich nicht meckern, ey. Okay, der Emporater ist ja immer noch am Leben. Na ja, der spielt relativ defensiv, glaube ich. Das ist auch das einzig Richtige. Man denkt immer, man ist so OP mit den Helden, aber das stimmt gar nicht. Man ist so schnell dauernd. Ja, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Da ist, da ist eine Mine. Ah, was ist das? Oh, scheiße. Gleichzeitig. Oh, ey. Ich wollte gerade mal wegspringen, ey. Ja, ich habe es auch gemacht. Na gut, noch haben wir auch sieben Minuten, also. Ja. Ist auf jeden Fall noch gut machbar. Ah, und jetzt ist der Imperator auch besiegt. Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. So. Spärfeuer ausgepackt. Die sind alle da oben schon wieder. Ich schlaufe mal rum. Ja. Oh, das hat mich jetzt wieder erwischt. Ah, er hat ein Geschützer hinbar, ja klar. Nein. Leute, Leute, Leute. Gerade tot, verdammt. Sechs Minuten. Dann versuchen wir es nochmal. Entschuldigung. Sehr gut. Sehr gut. So, anmachen. Starte, genau. Ich gebe die Rückendeckung. Kommt einer schon wieder? Der Delta LP. Oder wie der heißt. Ich glaube, die kommen jetzt aus dem Gang hier hinten links im Moment. Shield down, shield down. Ah, das schaffe ich so nicht. Schau mal das Power up schnell. Oh, Truppenschild, naja. Ah, das ist ja wieder der berühmte Gang hier, ey. Hinter uns, hinter uns. Ach, echt, okay. Angefolgt, nein. Oh, mit seinem Geschütz, ey, man. Na, hier die Stelle ist nochmal richtig schwer. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann passt es. Ich warte noch kurz, bis ich bei dir spawnen kann. Du bist in Gefahr, rette dich. So, jetzt so. Geht? Okay. Ja. Oh, hier ist einer wieder in der Ecke. Oh, Mann, ich konnte ihn nicht sehen, ey. Der ist so unsichtbar, dieser Delta-Typ, ey, mit seinem Outfit. Krass, ey. Die ganze Zeit daneben geschlagen. Ah, noch ein paar Meter, dann haben wir es. Gut. Ach, verdammt. Da hatte ich gerade kurzzeitig wirklich so einen Lauf, aber er ist wieder gestorben. Schade, schade. Boah. Na, er steht hier falsch rum zu uns. Nein, er hat meinen Kühl geklaut. Ich glaube, ich habe den sogar gekriegt. Hä, hä. Du Sau. Alter, haut er jetzt ab. Ich versuchte mal zu... Äh, boah, hier sind so viele Granada, das gibt es gar nicht. Nein, dieser Delta-Typ, du kannst ihn gerne mal sagen, der nervt. Ey, dieser Typ, der regt mich so auf. Der hat mich bestimmt schon locker fünf, sechs Mal gekillt, ey. Ah, Junge, Junge. Rückkehrbonus, jawohl. Bin auch mal wieder da. Das ist manchmal so frustrierend, wenn man dann so einen Rückkehrbonus kriegt, aber... Naja. Ich glaube, wir haben was. Ich bewegen Sie diesen Delta-Typ noch einmal kriegen, ey. Okay, ja, schade. Ich glaube, ich hätte ihn sogar gekriegt, aber der war vorbei, das Spiel. Aber hat Spaß gemacht, muss man sagen, ey. Ja, auf jeden Fall. Das war mal eine richtig gute Runde. Puh, ey. 30-12 hat er gespielt, naja. Nicht schlecht. Was ist denn hier los? Ach, gar nicht oben. Also, ich glaube, du bist krank oder so, ne? Ich glaube, du musst aufhören. Ich glaube auch. Ich bin zu lange oder so, ey. Geil. Nice, nice. Tja, liebe Freunde, das war's dann auch leider schon mit der Folge. Wenn du neu auf meinen Kanal bist, dann kannst du mich gerne links abonnieren. Rechts findest du die aktuelle Playliste. Und unten ist der Kanal von Tombi. Ansonsten würde ich sagen, möge der Saft mit dir sein. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.